Wunderschönen guten Tag zu diesem neuen Video hier und heute sprechen wir mal über den Nachfolger der Nintendo Switch und zwar die Switch 2. Eigentlich habe ich dieses Video schon geplant, seitdem Furukawa die Aussage äußerte, dass man im Grunde genommen Nachfolger in den Nintendo Switch rausbringt. Ja, da ist mir jetzt ein anderer Kanal zuvor gekommen, Was kostet die Welt? Das Video will ich auch nochmal unten verlinken. Ich kann euch aber sagen, das Video habe ich jetzt noch nicht gesehen, sondern will euch meine eigene Meinung geben. Sollte es da Überschneidungen geben oder ähnliches, dann können wir natürlich darüber auch nochmal reden. Trotzdem ist das Video hier aus einem eigenen Sinn entstanden. Trotzdem will ich da auf die Kollegen nochmal verweisen. Und wir starten erstmal mit Nintendo, denn sagen wir es einfach mal so wie es ist und das wird viele Leute schockieren. Nintendo hat nicht immer Erfolgskonsolen rausgebracht. Und wenn wir das in den Vergleich setzen mit einer Playstation, die immer irgendwie in die 80, 90 Millionen geschossen ist, selbst die PS3, die damals so einen schwachen Start hatte und natürlich mit der Playstation 2, die an die 160 Millionen jetzt mittlerweile rangekommen ist, dann können wir davon ausgehen, dass Nintendo relativ schwach auf dem Markt ist. Klar, man hat das NES damals 62 Millionen mal verkauft und hat damit den Videospielmarkt von seinem Crash wieder rausgeholt, rausgeschaufelt. Denn Nintendo war damals, sag ich mal, einziger Videospielhersteller, der es sich leisten konnte, auch die Leute daran zu verpflichten, Cartridges zu verkaufen. Aber schon danach ging es halt runter. Das SNS 49 Millionen Einheiten, das N64 33 Millionen Einheiten, die Wii 101 Millionen Einheiten und dann müssen wir halt von der Wii U sprechen mit 13,5 Millionen Einheiten. Trotzdem haben sie es jetzt mal wieder geschafft mit der Nintendo Switch und das ist auch gut so. Nur, es gibt einen riesen Unterschied zwischen den bisherigen Konsolen und wahrscheinlich der Nachfolgekonsole der Nintendo Switch 2. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Denn bisher hatte man immer so mehrere Sachen, die man an einer Konsole verändert hat. Sei es nun der Controller, der einfach, sag ich mal, immer eine Innovation bereit hielt. Ich sag ja nur Nintendo 64, ne? Analogsteak. Oder aber, wenn es um Technik ging, wie zum Beispiel neue Zielgruppen zu erschließen, unter Iwata damals, möge er friedlich ruhen. Aber, was soll Nintendo jetzt machen? Und darauf will ich mal ein bisschen zu sprechen kommen. Denn die Nintendo Switch 2 kommt in einen schwierigen Markt rein. Selbst Sony struggelt momentan mit der PlayStation 5. Und das liegt vor allem daran, dass man wohl nicht ganz zufrieden ist, obwohl die sich verkauft wie geschnitten Brot. Aber man sieht halt, dass Sony nicht zufrieden ist mit den Verkaufszahlen. Denn man hat ja die PlayStation 5 schon auf 550 Euro erhöht. Wir erinnern uns. Und trotzdem wird sie immer mal wieder für 479 oder teilweise sogar 429 Euro rausgehauen. Obwohl wir mittlerweile bei der vierten Revision sind. Und zwar der PlayStation 5 Slim, die nicht eine richtige Slim-Konsole ist, sondern einfach die gleiche Hardware in ein kleineres Gehäuse gepackt hat. Das war bei den bisherigen PlayStation-Konsolen nicht so. Man sieht schon, dadurch, dass Sony das so weit nach vorne gezogen hat und gesagt hat, ey, wir warten jetzt nicht auf eine neue Fertigungstechnik, damit der Prozessor energiesparender wird. Da merkt man schon, okay, sie sind irgendwie im Zugzwang. Dabei haben sie gar keinen richtigen Grund. Aber offensichtlich, die Investoren schon. Die wollen natürlich mehr Geld sehen für ihre Investiererei. Und ja, das ist ein schwieriges Umfeld für Nintendo. Und da will ich jetzt mal zu den Gründen kommen. Denn ja, bisher hatte man immer die Innovationskraft, aber auch immer noch einen zweiten Teil von Nintendo. Und zwar die Handhelds. Das fällt jetzt in dieser neuen Generation komplett weg. Wenn es jetzt so wirklich ein Nachfolger der Nintendo Switch 1 wird, dann, naja, was soll Nintendo dann machen? Momentan ist man in einer Sackkasse, die funktionieren muss. Und Nintendo ist im Grunde genommen wieder in dem alten Status. Klar, in ihrer eigenen Dimension, in ihrer eigenen Hardware, mit ihrer eigenen Grafik. Aber es ist nur ein Hardware-Upgrade. Versteht mich nicht falsch. Ich wünsche mir ein Hardware-Upgrade. Ein einfaches Hardware-Upgrade, weil die Nintendo Switch 1 halt so erfolgreich ist. Aber ja, man hat halt, wie gesagt, kein Backup. Man hat keinen Handheld, den man als zweites verkaufen kann. Weil kein Hersteller wird mehr Spiele programmieren für ein Handheld und eine Heimkonsole. Weil man halt beides in einem haben kann. Der Erfolg der Nintendo Switch gibt Nintendo auch absolut recht. Denn damals haben sich die Hersteller auch noch beschwert, oh, da müssen wir ja immer zwei Grafik-Modi programmieren und so weiter und so fort. Ja, aber es interessiert auch heutzutage keinen mehr so wirklich. Trotzdem wird Nintendo jetzt wahrscheinlich wieder mit einem Chip kommen, der mittlerweile 2019 von Nvidia released wird. Der Tegra 234 in einer abgewandelten Variante mit dem Tegra 239. Eine Aussage von Jens Nguang, dem CEO von Nvidia, war allerdings, sie freuen sich, Custom-Chips herzustellen. Und genau das soll jetzt in der Nintendo Switch Einzug halten. Denn man kombiniert eine Ampere-Grafikeinheit, also eine GeForce 3000, sozusagen mit neuen Features einer, sage ich mal, Ada Loveless-Grafikkarte, also der GeForce 4000er-Serie. Und könnte damit auch neue Sachen wie DLSS 3.5 ermöglichen. Das heißt, wir hätten dann auf dem Handheld einfach einen AI-basierten Hochrechnungsalgorithmus, der mehr Grafik bei mehr Performance ermöglicht. Ist das jetzt die Rettung für Nintendo? Nein. Denn auch andere Konsolen können mittlerweile darauf zugreifen. Mortals of Avium von EA benutzt jetzt schon FSR 3.0 auf der PlayStation 5. Und natürlich werden auch PlayStation 5 Pro und Xbox Series X das vermehrt nutzen. Also auch hier wird der Abstand relativ identisch bleiben. Gerade weil AMD in den letzten Jahren aufgeholt hat in Sachen AI-Upscaling. Und Nvidia da halt nun mal nicht der Einzige mehr auf dem Markt ist. Also wie könnte denn Nintendo jetzt trotzdem wieder einen Erfolg machen? Oder vielleicht sogar die Switch 1 übertreffen? Ich habe mir hier mal ein paar Gründe aufgeschrieben. Unter anderem zum Beispiel weiterhin Cartridges rausbringen. Und das hat Nintendo ja bereits bestätigt. Man wird auch weiterhin auf den stationären Handel setzen. Na ein Glück. Gerade für mich als Sammler wird es noch eine weitere Generation geben. Trotzdem finde ich, da müsste Nintendo auch ein bisschen was anders machen. Und nicht nur die Grundsoftware auf die Cartridge schieben und den Rest runterladen lassen. Und zweitens brauchen sie das auch. Denn ja, ich sage es mal so wie es ist. Die Nintendo-Konsolen sind halt nun mal für Kids und für Großeltern, die für ihre Kids die Cartridges kaufen. Wenn die jetzt irgendwo in den digitalen Stores gehen und mit ihren Kids da vor der Switch sitzen, haben die keinen Bock drauf. Verstehen die nicht? Und so können sie einfach ins Regal greifen, sich die bunten Bilder angucken, sich vielleicht noch den Text durchlesen und der Verkäufer sagt, hey, das ist ein richtig keiles Ding. Ähm, naja, wenn man denn die Spiele mal so manchmal betrachtet auf der Nintendo Switch. Aber hey, Kinder haben da auch nochmal andere Anforderungen an Spiele. Dazu kommt laut den aktuellsten Hardware-Gerüchten, dass die Nintendo Switch 2x6 Gigabyte RAM haben wird. Die werden dann im Dual-Shell laufen, also wesentlich schneller sein als die bisherigen RAM-Konfigurationen in der Nintendo Switch 1. Und ich sage es mal so, die 12 Gigabyte werden auch reichen. Sicherlich wird es wieder Einsparungen für das Betriebssystem geben. 1,5 bis 2 Gigabyte werden da sicherlich drauf gehen. Aber das wäre auf jeden Fall jetzt schon mal mehr als für den Nintendo Switch 1. Man könnte also auch das Betriebssystem erweitern. Und das finde ich ebenfalls einen wichtigen Punkt. Genauso wie die Joy-Con. Ich gehe davon aus, dass die Joy-Con in der neuen Konsole ebenfalls wieder in die Seiten reingeschoben werden. Aber diese kleinen Klipse da hinten dann gegen die Magneten ausgetauscht werden. So kann sich niemand verletzen, wenn die da irgendwie reinspringen, die Joy-Con. Und auf der anderen Seite halten die dann trotzdem fest, ohne dass man die dann wirklich abreißt. Jetzt müssen wir natürlich zu der Frage kommen, wird Nintendo nochmal so hart scheitern, wie zum Beispiel bei der Wii U oder dem Virtual Boy, der sich am Ende 770.000 Mal verkauft hat? Wahrscheinlich nein. Weil Nintendo jetzt einfach einen festen Stein in der Brandung hat, der sich auch weiterhin gut verkaufen wird. Denn, sagen wir es einfach mal so wie es ist, Software verkauft Hardware. Oder beziehungsweise Software rettet Nintendo vor dem Mega-Flop wie einer Wii U. Denn selbst ein Mario Kart 8 Deluxe hat sich 8 Millionen Mal verkauft. Und das muss man sich bei den insgesamten Verkaufszahlen einer Wii U mal reinziehen, die sich 13,5 Millionen Mal verkauft hat. Aber wie gesagt, das Umfeld ist jetzt schwieriger. Erstmal die PlayStation 5, wo Sony irgendwie nicht zufrieden ist mit den Verkaufszahlen. Wo man wahrscheinlich selbst denkt, ey, man muss doch irgendwann mal diese PlayStation 2 überflügeln, die Anfang der 2000er rauskamen. Dann haben wir einen neuen Nintendo-Chef, der das erste Mal einen Konsolen-Launch verantwortet. Und offensichtlich auf Nummer sicher geht, wenn wir die aktuellen Sachen so sehen werden. Und dann haben wir, wie gesagt, den fehlenden Backup des Handhelds. Und das ist natürlich ein Problem, denn selbst wenn sich die Switch 2 jetzt schlecht verkauft, hat man keine zweite Konsole, die weiterhin Geld reinspült. Und zu guter Letzt fehlt natürlich auch noch die Innovation. Aber die Leute wollen ja auch weiterhin leistungsfähigen Handheld, wo sie ihre Heimspiele unterwegs spielen können. Aber trotzdem wird sie nochmal wesentlich kostenintensiver sein als eine Nintendo Switch 1. Dazu kommt auch noch, seien wir ehrlich, die Arroganz von Nintendo. Weil jetzt wird man ähnlich wie jeder andere Konsolenhersteller denken, hey, ihr könnt euch eine Xbox One nicht leisten? Wir haben doch noch unsere 360. Und ja, die Abwärtskompatibilität spielt da natürlich auch noch einen Punkt. Und die wird es wahrscheinlich nur über die ersten zwei Jahre retten, weil ich gehe davon aus, dass Nintendo hier ein zweigleisiges Modell fahren wird. Einmal die günstigere Switch 1 und jetzt dann die High-End-Variante mit Abwärtskompatibilität, damit man die Switch 1-Titel auch nochmal in höhere Auflösung spielen kann. Das Fazit ist von mir, das wird ziemlich knapp für Nintendo. Und ich gehe mal davon aus, wir landen so bei 100 Millionen verkauften Konsolen und dann muss man sich wieder was einfallen lassen. Also es wird kein Flop für Nintendo werden, aber natürlich müssen auch heutzutage in der modernen Spielewelt die Investoren befriedigt werden. So, das war es dann allerdings mit diesem kleinen Meinungsvideo hier auf dem Kanal. Lasst mal gerne eure Meinung dazu da. Wird die Nintendo Switch 2 ein Riesenerfolg oder wird sie eher so ein Nachfolgererfolg? Vor allem, wenn wir den Markt betrachten mit neuen Handhelds, die jetzt auf den Markt gekommen sind von Asus, AOG, Ally oder das Steam Deck, die nun mal auf wesentlich mehr Games nochmal in höherer Qualität zurückgreifen können. Lasst mal gerne eure Meinung da. Das war es dann mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.